Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Momentan fehlt das Schiff bequem mit 28 Knoten. Der Wind wird sich über Nacht drehen und von der Steuerbordseite kommen und sich verstärken. Daher erwarten wir, dass das Schiff mehr in Bewegung kommen wird. Bitte achten Sie auf weitere Ansagen. Wasserspiele. Hörspiel von John von Düffel. Der Kreuzfahrer und die Vorschwimmerin. Endlich, du. Tut mir leid, das ist so lange. Ich hätte mich schon längst wieder bei dir gemeldet, aber wir haben uns ja jetzt. Du, ich habe mir das auch anders vorgestellt. Ich dachte, es ist viel meditativer. Mehr Zeit, mehr Ruhe. Mehr. Doch kaum hatten wir die offene See erreicht. Wasser, so weit das Auge reicht, da wurde uns beiden schlecht. Ihr sogar noch mehr als mir. Hättest du das gedacht? Sie kann doch sonst nie genug kriegen von diesen magenumdrehenden Dingen. Kettenkarussell, Achterbahn, dieses ganze Teufelszeug. Aber sie hängt in den Wanten, während ich... Nein, nein, es geht ihr besser. Es geht ihr viel besser jetzt, sonst hätte ich mich ja längst bei dir. Sie ist wieder putzmunter, mach dir keine Sorgen. Ihr war nur etwas anders nach den ersten echten Wellen, wobei es weniger die Wellen waren als der Schwell. Nachdem wir Großbritannien Backbord verlassen hatten, also in Fahrtrichtung links, da kam der Schwell. Nicht nur die Brecher, sondern so ein Heben und Senken des gesamten Meeres, das permanente Wanken und Schwanken von eigentlich allem. Auch vom Schiff, nur heißt es eben beim Schiff nicht schwanken, sondern rollen, wenn die Dünung von der Seite kommt. Verstehst du? Im Gegensatz zum Stampfen, da kommt sie von vorn, sodass es immer auf und ab geht, rauf und runter. Aber Stampfen hatten wir kaum. Dafür sind wir aber so richtig ins Rollen geraten, weißt du? Von einer Seite zur anderen und dann wieder zur Seite zurück und ja, da wurde ihr dann schlecht. Übrigens fast allen anderen auch. Da hatte man richtig Platz im Restaurant. Aber das ist normal. Die ersten Seetage sind immer die schlimmsten, das sagt auch der Arzt. Wer die ersten paar Tage übersteht, der best... Was? Nein, nein, ich... Ich musste nicht mit ihr zum Arzt. Ich wollte. Es war kein Notfall. Es war so gut wie gar nicht ihretwegen. Es war eher deinetwegen, zu deiner Beruhigung. Weil ich weiß, wie das ist, wenn man allein in seiner Wohnung hockt und sich Sorgen macht aus der Ferne. Was meinst du denn, wie es mir geht unter der Woche? Den zwei Wochen mit dieser jedes zweite Wochenende-Regelung. Am Telefon klingt das an ihm alles so dramatisch. Sie kann... Nein, sie kann bald wieder ganz normal essen und trinken. Bis dahin ist durch die Infusion sichergestellt, dass... Sie ist doch nicht zu jung. Es gibt noch viel jüngere Kinder an Bord. Nicht viele, aber jüngere. Kleinkinder sogar, die das Durchschnittsalter auf knapp unter 70 senken. Also, wenn du mal einen demografischen Blick in die Zukunft werfen willst, musst du nur auf ein Kreuzfahrtschiff gehen. Hier kommen auf jedes Kind ca. 30 Rentner und anderthalb späte Eltern Anfang 40. Unter den Gästen, wohlgemerkt. Verloren? Verloren? Nein, die sechs, sieben Kinder an Bord, die haben sich sofort gefunden. Eine verschworene Gemeinschaft. Vielleicht gerade wegen der Rentnerübermacht. Außerdem gibt's für die paar Knirpse drei Nannys, die ständig programmen. Verloren? Ich dachte, die Kleine und ich... Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich mit ihr zum Paddelboot fahren in den Spreewald. Wir machen mal wieder was zusammen. Ich dachte einfach, die Kleine und ich, wir machen mal wieder was zusammen. Oder machen mal nichts und sind einfach zusammen. Wir sitzen am Deck und schauen aufs Wasser. Man sollte meinen, dass man auf einem Kreuzfahrtschiff nichts anderes tut, aber dazu kommen wir gar nicht. Das haben wir erst einmal geschafft. Nach dem Zwischenstopp auf den Feröer Inseln, die wir beide nicht betreten konnten, weil wir noch so groggy waren vom Schwellen. So ein Heben und Senken des gesamten Meeres. Das permanente Wanken und Schwanken von eigentlich allen. Also nach Rücksprache mit dem Schiffsarst habe ich alles richtig gemacht. Wir haben unsere Kabine vorsorglich verlassen. Ich bin mit der kleinen Mitschiffs gegangen. Mitschiffs unten ist bei Seegang der ruhigste Platz, sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der Wippe. Insofern kauerten wir also die meiste Zeit unten in der Pianobar, ein Deck über der Krankenstation, wo leider geraucht werden darf. Also in der Bar, nicht in der Station, nur falls sie sich über den Rauch beschwert. Es war zur Beruhigung des Gleichgewichtssinns, wegen der Wipp. Nein, ich hab nicht wieder angefangen. Ich hab seit unserer Scheidung keine einzige Zigarette geraucht. Obwohl, das ja nun wirklich meine Sache. Es war nur wegen der Wipp-Bewegung, glaub mir. Und gegen Abend, wenn die richtig starken Raucher kommen, dann bin ich mit ihr meist zum Friseur, ein Deck drüber. Also Krankenstation, Pianobar, Bordfriseur, das ist so ziemlich genau die Mittelachse vom Schiff, wo es am ruhigsten ist. Aber ich kann natürlich mit ihr nicht jeden Abend blonde strähnen. Wieso? Natürlich hab ich Nein gesagt, oder zumindest nicht Ja. Ich hab ihr gesagt, was ich immer sage, wenn es um Morde geht. Dass sie das mit ihr, mit ihrer Mutter besprechen sollt. Insofern. Ey, was heißt denn, ich schieb dir den schwarzen Peter zu? Du, ich... Ich hab überhaupt nichts erlaubt. Dann sag du ihr das. Schatz, bitte, ich stell mich doch nicht an die Nordspitze Islands in eine zugige Telefonzelle und diskutiere mit dir über Haare. Ich hab mir noch nie Gedanken über Haare gemacht. Das werde ich doch auch jetzt... Ich hab nicht Schatz gesagt. Ich hab nicht... Ich hab nicht Schatz gesagt. Und wenn doch, dann nehm ich es hiermit zurück und behaupte das Gegenteil. Aber bitte können wir das Thema jetzt einführen. Es geht ihr besser, wollte ich sagen, seit wir die Diarrö-Inseln verlassen haben. So nennen wir die Fähröer-Inseln. Ja, wenn man sich überhaupt Gedanken machen muss, dann erst seit es ihr besser geht. Eigentlich fing alles mit dem ersten beschwerdefreien Seevormittag an, kurz vor Island, als beinahe alles so war, wie ich's mir vorgestellt hatte. Also, wir saßen an Deck, in Decken gehüllt, auf komfortablen Liegestühlen unter einer aufblitzenden Nordsonne. Das Meer eiskrau, hellgrün oder einfach blau, sagenhaft blau übrigens. Ja, es war wirklich genauso, wie ich's mir vorgestellt hatte, als die Kleine plötzlich aufsprang. Fast gleichzeitig mit der Durchsage des Kapitäns von der Brücke, vielleicht ein paar Sekunden danach. Wobei sie sicher behaupten wird, es sei ein paar Sekunden davor gewesen. Sie will ja immer alles zuerst entdeckt haben. Jedenfalls kommt auf einmal diese Lautsprecher-Durchsage. Wahl, da bläst er. Ja, da gab's natürlich kein Halten mehr. Alle auf dem Schiff, nicht nur die Passagiere, auch die Stewards, das Küchenpersonal, sogar die Gäste auf dem FKK-Deck, alle stürzten ausnahmslos an die Reling. Das Merkwürdige war nur, alle hatten ihre Feldstecher, Fotoapparate oder Digicamps dabei, griffbereit, sogar die Nackten. Alle außer mir schienen damit gerechnet zu haben und standen im Nu dicht gedrängt an Deck. Wahl, Steuerbord, auf ein Uhr Position, verkündete die Durchsage. Und tatsächlich, trotz des Gedränges, war etwas zu sehen. Der Blas. Man nennt es Blas, diese Sprühwasserfontäne, ja, von Walen, wenn sie blasen. Buckelwale, Buckelwale, sogar mehrere. Man sah auf einmal Blas im Plural. Viele Blase oder Blasen oder Blasende. Eine ganze Herde, oder sagt man Schwarm, obwohl es sich ja nicht um Fische handelt, sondern um Säugetiere. Und Säugetiere sind eigentlich in Herden unterwegs. Jedenfalls schwammen da diese enormen Tiere im Wasser mit ihrem enormen Ausstoß von Luft, ihren enormen Schwanzflossen und diesen schwarzglänzenden Walrücken, die aus der Tiefe auftauchen wie Berge. Es war, 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 faszinierend, das ist gar kein Ausdruck. Die Kleine war völlig aus dem Häuschen, alle waren aus dem Häuschen. Es ist wirklich, es ist ein Erlebnis, aber gut, vielleicht muss man das erlebt haben ansonsten. Ja, Fahle faszinieren, glaube ich, jeden, vorausgesetzt man ist dabei gewesen und muss sich nicht die Fotos angucken. Ich habe drei Schwanzflossen und zweieinhalb Walrücken gesehen und ganz viel Blas, so viel Blas, dass es schon fast nichts Besonderes mehr war, dass er blies oder er oder sie bliesen, aber wir konnten uns ja trotzdem nicht losreißen, die Kleine und ich, sondern wir haben der Herde hinterher gestarrt, ihren Blaswolken nach, immer weiter. Der Kapitän hatte sogar etwas Fahrt aus dem Schiff genommen und beigedreht wegen der Aussicht auf die Walherde, die sich in nordöstliche Richtung verabschiedete und plötzlich, plötzlich rief jemand direkt neben uns, jetzt gar nicht zu mir oder zu sonst irgendwem, sondern nur so aus tiefstem Herzen, Endlich ein Highlight! Endlich ein Highlight. Also, ich weiß gar nicht, was mich mehr erschüttert hat, dieses Endlich oder das Highlight. Aber meine ganze kindliche oder co-kindliche Begeisterung war mit einem Schlag weg. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht mal geahnt, dass wir darauf warteten, dass wir es erwarteten, dieses Highlight, dass es überhaupt darum ging, auf dieser Reise irgendwelche Highlights zu erleben. Ich hätte mir wirklich niemals träumen lassen, dass wir uns sozusagen auf einer Meeres-Großwild-Safari befanden, auf Highlight-Jagd, aber weder unsere Tochter noch die Umstehenden wunderten sich darüber, sondern sie schienen dem Endlich ein Highlight-Ausrufer beizupflichten. Offensichtlich hatte er nur zum Ausdruck oder zum Ausruf gebracht, was alle dachten. Sie hatten auf dieser Reise ein Highlight gebucht und gesucht und es stand ihnen zu. Und der Einzige, ja, der Einzige, der nicht verstanden hatte, worum es auf diesem Schiff wirklich geht, war wieder mal ich, der Geisterfahrer dieser Kreuzfahrer. Dich, der Geisterfahrer dieser Kreuzfahrt. Entschuldige, Schatz, ich verstehe nicht. Ich verstehe dich wirklich, gerade ganz schlecht. Ich verstehe dich. Ja. Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Nein, das ist ja das Traurige. Unsere Tochter, deswegen erzählst du ja, unsere Tochter fährt in die andere Richtung. Mit dem Strom. Wir sind gar nicht auf derselben Reise. Zumindest nicht, seit sie das Unterhaltungsprogramm im Kids-Club durchzieht. Mit ihrer Clique abends die Decks unsicher macht, ja. Sie findet, das Schiff muss ihr etwas bieten. Das Meer muss ihr etwas bieten. Die Natur, die Tierwelt, die Welt überhaupt muss ihr etwas bieten. Ich muss ihr etwas... Ja gut, vielleicht hätte mir das klar sein müssen, war es aber nicht. Wenn man seine Tochter nur jedes zweite Wochenende sieht, dann ist einem das nicht klar. Am Wochenende vor allem, wenn es nur jedes zweite Wochenende ist, dann versteht es sich, dass man zusammen was unternimmt. Zirkus, Kirmes, Halligalli, ja. Jedes zweite Wochenende heißt ja gerade, dass man keinen Alltag miteinander hat, sondern praktisch nur Ferien, Ausnahmezustand. Aber ich wusste eben nicht, entschuldige, dass ich das jetzt kapiere, ich wusste nicht, dass es für sie überhaupt gar keinen Alltag gibt. Dass es so etwas wie Alltag, falls es mal dazu kommen sollte, dass so etwas wie Alltag eine Zumutung für sie darstellt. Und dass sie der Meinung ist, das Leben schulde ihr lauter Wale. Ja gut, dann ist es eben naiv zu glauben, man könne mit seinem Kind zusammen sein, ohne Programm zu machen. Aber genau das habe ich mir vorgestellt, das war der Grund für diese Reise. Die, ja, naiv gesprochen, die Utopie, das ist anders, als an jedem zweiten Wochenende mal zwei Wochen lang kein Programm geben muss. Ein Irrtum, sicher. Ein Irrtum, ja, sicher. Eine Irrfahrt, meine Irrfahrt, wie ich inzwischen eingesehen habe. Meine Irrfahrt. Offenbar muss immer irgendetwas los sein. Offenbar kann man nicht einfach mal 14 Tage lang aufs Wasser schauen und die Weite genießen. Die Ereignislosigkeit in ihrer schönsten Form, für ein paar blaue Tage. Eine Irrfahrt, meine Irrfahrt. Ich... In an actual emergency situation, please do not use the helicopters, for there to be a power failure. Nein, ich beschwere mich doch gar nicht. Es ist toll, es ist großartig. Es ist eine ganz neue Dimension von furchtbar, weil der Reiseveranstalter für alles gesorgt hat. Auch dafür, dass man sich gar nicht beschweren kann. Alle, ohne Ausnahme, wollen unterhalten werden. Auf Heilheit-Niveau. Dabei hätte ich mir nichts mehr gewünscht als Ruhe. Einmal in Ruhe. Mit meiner Tochter. Die Kleine und ich. Das ist doch nicht geriatrisch. Ertäuscht du dich? Nein, das... Kein Rentner will heute mehr seine Ruhe. Von Bingo bis zum Expertenvortrag. Vom Tanztee bis zur Dance-Show. Jetzt sitzt die Kleine in der Programmfalle. Ich sitze auch in der Programmfalle mit ihr. Und die Alten sitzen auch drin. Im anderen Teil des Schiffes. Und die wanken so lange von einem Highlight zum nächsten, bis sie tot umfallen. Deshalb habe ich beschlossen, beim Landgang auf eine Guided Tour zu verzichten. Ich wollte mal wieder ein paar Meter festen Boden unter den Füßen haben, ohne in einer Reisegruppe mitzutrotten. Auch wenn unser Bewegungsradius auf Bordausmaße zusammengeschnurrt ist. Wir haben es gerade mal auf den Hügel hoch bis zur Hafenkapelle geschafft. Oder ich lasse es eine Kirche sein. So leuchtturmartig, weißt du, mit einem bauchigen Schiff. Nein, ich fange es nicht an, mich auch noch für Kirchen zu interessieren. Aber die Kleine ist da kurz reingegangen, beten. Denn was weiß ich warum? Ich dachte, du wüsstest vielleicht... Ach, worum? Darf man das bei Gebeten denn verraten, oder gehen sie dann nicht in Erfüllung? Sobald sie da wieder raus ist, sobald ich sie zu fassen kriege, gebe ich sie dir. Das verspreche ich. Aber ich bitte dich um Verständnis, dass ich hier auf Island den Hausfrieden respektiere. Das Kirchenasyl. Sie leidet doch gar nicht. Sie leidet unter überhaupt nichts. Schon gar nicht unter der Dauerberieselung. Den Kids Club, den Activities und den Adventures. Wie gefällt das? Das Problem bin ich. Das Problem bin ich. Weil ich mich eben nicht glücklich schätze, meine Tochter los zu sein. Das ist für mich nicht der Inbegriff von Luxus. Es ist ein Kind zu haben, mit dem ich mich nicht beschäftigen muss. Ich, ich... Aber das geht doch gar nicht gegen dich. Es geht auch nicht gegen das Schiff oder den Reiseveranstalter. Es geht darum, dass so eine Kreuzfahrt gewisse Bedürfnisse befriedigt. Die Wunschträume und Glücksvorstellungen mit Kaufkraft. Diese Träume sind das Erschreckende. Und der Albtraum an Bord besteht nur darin, dass sie in Erfüllung gehen. In aller Perfektion und Perversion. Dieses Schiff ist eine einzige große Glaskugel. Und das Erste, was du siehst, ist, dass die Kinder verschwinden, dass sie unsichtbar werden. Dass die Kinder verschwinden. So wie wir es insgeheim immer gewollt, aber nie zu sagen gewagt haben. Wir reden dauernd davon, dass Kinder die Zukunft sind. Aber wir wollen bitteschön nicht, dass sie uns in die Quere kommen. Und genau das, genau das kannst du hier ungeniert genießen. Hier bekommst du bestens bekocht und gut unterhalten, deine allergeheimste Sehnsucht serviert. Kinderfreie Bahn. Doch nicht du persönlich, das war... Das war ein allgemeines Du. Verstehst du denn nicht? Verstehst du denn nicht? Verstehst du denn nicht? Verstehst du nicht? Das ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegel der... Ich will jetzt nicht sagen Gesellschaft, aber... Verstehst du? Familie? Dieser ganze Fortpflanzungsverbund zwischen den Generationen... Familie existiert bloß noch als nostalgische Anwandlung. In Wahrheit interessiert sich jeder nur für sein eigenes bisschen Leben. Nein! Nein, ich bin nicht wütend! Ich bin traurig. Ich bin einfach tief traurig, weil... Ich bin traurig. Ausgeschlossen. Nein, nein! Zurückfliegen kommt nicht in Frage. Das wäre eine solche Niederlage. Nicht, dass ich nicht mit dem Gedanken spielen würde. Ja, nicht, dass ich die nächsten Flughäfen nicht schon gegoogelt hätte. Ich hab... Ja, ich hab Heimweh, glaub mir. Ich hab Heimweh nach Normalität. Aber... Der Kleinen gefällt's auf dem Schiff. Sie genießt es. Sie würde überhaupt nicht verstehen. Nein, das geht nicht. Nein, das kann ich ihr nicht antun. Für sie würde eine Welt zusammenbrechen. Eine künstliche... Eine künstlich heile... Eine unterhaltsame Welt. Aber... Nein. Nein, du, ich... Ich muss jetzt... Ich muss Schluss machen, ja? Ja. Ja, ich ruf an. Ja, ich ruf dich an, wenn sie wieder... Ja, wenn sie raus ist aus diesem... Wenn sie Zeit hat, dann... Ich ruf wieder an. Übrigens ist es ein wunderbares Becken. Naturstein. Wie in Fels gehauen. Schmal zwar, nur eine Bahn im Grunde. Aber mehr als 25 Meter lang. Über die ganze Breite des Panorama-Bungalows. Und das Wasser. So ein Wasser hast du noch nie erlebt. So weich. Unfassbar weich auf der Haut. Auf der Zunge. Die Temperatur liegt konstant bei 21 Grad. Sodass du es gut zwei Stunden aushalten kannst. Ich meine, wo gibt es das schon? 21 Grad in einem Bergsee. Und das trifft es am besten. Es ist wie Schwimmen in einem Bergsee. Zwei Stunden? Genau. Bei Sonnenuntergang. Pool und Bungalow gehen nach Südwesten. Du kannst die Sonne vom Becken aus sinken sehen. Den ganzen Abwärtsbogen. Die Farbwechsel am Himmel und im Wasser. Blau-Grün, Türkis auf deinen Handrücken, deinen Armen, wenn du losschwimmst. Und dann wird es wärmer. Gelb, orange, rötlich, glutrot. Je nach Abendsonne. Du durchschwimmst praktisch die ganze Farbpalette des Regenbogens. Und das war sicher die Idee hinter der Konstruktion. Also schwimmt man immer nur bei Sonnenuntergang. Nicht bei schlechtem Wetter. Regen. Komisch, dass du das fragst. Das war auch meine erste Frage. Aber gerade wenn es regnet, ist es was ganz Besonderes. So als würde der Regen jeder einzelne Regentropfen mit dem Bergseewasser auf spezielle Art und Weise reagieren. Es prickelt. Ja, wenn so ein Regen niedergeht und dir über den Rücken streicht, dann sind da diese vielen kleinen Tropfen, Explosionen um dich herum und nun ja, du wirst es ja erleben. Wenn du Glück hast, großes Glück, regnet es bei deinem ersten Mal. Und das Einzige, was ich tun muss, ist schwimmen. Genau. Wirklich nur schwimmen? Ja. Ich verstehe noch immer nicht, warum. Es ist im Prinzip, musst du dir vorstellen, wie mit einem Aquarium. Stell dir einfach vor, dieser Gebirgspool, nennen wir ihn so, wäre ein großes Aquarium. Dann ist doch nichts dabei. Es guckt sich ja auch niemand ein Aquarium ohne Fische an. Wer guckt es sich an? Ja, niemand. Es sei denn, etwas schwimmt darin. Ja, aber... In einen Pool gehört Bewegung, Leben. Du möchtest doch auch nicht jeden Tag auf ein leeres Aquarium schauen. Nein, natürlich nicht. Aber warum schwimmt er nicht selbst? In seinem Aquarium? Es ist ein Pool, hast du gesagt. Ein Gebirgspool. Dr. No schwimmt nicht. Dr. No? Ist nur ein Spitzname, bitte. Das muss unter uns bleiben. Ja, aber wieso Dr. No? Vergiss es, vergiss, was ich gesagt habe. Entschuldige. Ist der Japaner? Kein Kommentar. Aber du hast doch selbst gesagt, er sei Architekt. Ein japanischer Star-Architekt, oder nicht? Kein Kommentar. Er hat das Konzept entwickelt, hast du gesagt. Die Idee mit den Farben des Regenbogens. Und wenn er sich da so ein Glashaus mit Pool hinsetzt... Glashaus habe ich nicht gesagt. Wenn er sich so einen Architekten-Bungalow bauen kann, in Hanglage, mit all den Raffinessen, dann muss er schon so etwas sein wie ein Star seiner Branche. Ich habe gesagt, Panorama-Bungalow. Gut. Aber das klingt schon sehr nach Architekten-Selbstverwirklichung. Man kann auch einfach nur Ästhet sein. Ästhet? Mit einem Sinn für Schönheit, der über das rein Zweckmäßige hinausgeht. Dr. No ist also ein Ästhet, der für sein Gebirgs-Aquarium einen neuen Fisch sucht? Hör zu. Wenn du nicht willst... Das habe ich nicht gesagt. Ich will bloß wissen, warum. Können wir vielleicht erst über das reden, was du wissen musst, und dann über das, was du wissen willst? Ich dachte, ich muss einfach nur schwimmen. Ja. Auf ästhetische Weise. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Schön. Was heißt schön? Ach, komm! Nein, wirklich. Ich will... Ich muss das wissen. Wie soll ich unseren Auftraggeber zufriedenstellen, wenn ich nicht weiß, was er unter schönen Schwimmen versteht? Also gut. Symmetrie ist wichtig. So eine Art goldener Schnitt der Bewegung. Es geht nicht um Schnelligkeit, schon gar nicht um irgendwelche Bestzeiten, sondern... Wie soll ich sagen? Um die Überwindung von Zeit durch Wiederholung. wenn du verstehst. Ich verstehe Wiederholung. Und genau darum geht es. Du musst nur einen und denselben Bewegungsablauf immer wiederholen. Und das soll schön sein? Es ist zeitlos. Es ist zeitlos. Also ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, zeitlos zu schwimmen. Es wird zeitlos, indem du die zweite Bahn genauso schwimmst wie die erste. Und immer so weiter. In vollkommener Gleichmäßigkeit. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, vollkommen gleichmäßig zu schwimmen. Du musst dich einfach konzentrieren. Zwei Stunden lang. Es ist gut bezahlt. Am Ende liegt im Badehaus ein Briefumschlag für dich. Vorausgesetzt, du schwimmst schön. Zwei Stunden. Genauer gesagt, zweimal 55 Minuten. Du schwimmst immer nur 55 Minuten am Stück. Dann muss das Wasser fünf Minuten ruhen. Ich habe mal in Tokio im Olympiabecken trainiert. Da war es genauso. Fünf Minuten vor der vollen Stunde mussten alle raus. Auch die Langstreckenschwimmer, ob sie wollten oder nicht. In den letzten fünf Minuten war das Wasser tabu. Wir standen dann immer am Beckenrand, haben gefeixt und Witze gemacht nach dem Motto, in diesen fünf Minuten zählen die Japaner ihre Toten. Also ist er doch Japaner. Wer? Dr. No. Hör auf damit, ja? Natürlich solltest du nicht am Beckenrand herumfeixen. Du musst ganz still stehen und dem Wasser deinen Respekt bezeugen. Deinen Dank. Fünf Minuten lang. Und das hast du gemacht? In Tokio nicht, wie gesagt. Aber bei dem Gebirgspool? Ja, selbstverständlich. Es kam dir nicht seltsam vor? Etwas ungewohnt, anfangs. Aber inzwischen finde ich es eigentlich richtig. Den Respekt vor dem Element und die Dankbarkeit nach dem Schwimmen. Was tut man nicht alles für Geld? Das ist nicht der Punkt. Nicht? Oder nicht mehr. Am Anfang habe ich es wegen des Geldes getan. Aber inzwischen... Inzwischen gefällt es dir von Dr. No. Entschuldige, vor dem Ästheten durch sein Panoramafenster hindurch angestarrt zu werden, während du schwimmst. So ist es nicht. Er starrt dich nicht an? Soll das heißen, er bezahlt dich dafür, dass du in seinem Pool schwimmst, schön schwimmst, ohne dass er dir zuguckt? Anstarren und zugucken sind nicht ganz dasselbe. Ach, und warum glaubst du, lässt er es sich so viel kosten, wenn er sich nicht aufgeilt an dir, deinem Körper? Warum sollte er solch einen Aufwand betreiben, wenn dein Ästhet nicht in Wirklichkeit ein verdammter Voyeur ist? So ist es nicht. Ist er dabei eigentlich immer allein oder hat er auch Gäste? Feiert er rauschende Partys in seinem Haus und alle stehen da in ihren Abendkleidern und Anzügen, Cocktailgläser in der Hand und sehen dir amüsiert oder interessiert zu, wie du... Nein! Oder Kameras? Bist du sicher, dass er keine Kameras installiert hat? Überall um den Pool? Im Pool und in der Umkleide, nach dem, wie sagst du so schön, Badehaus? Vielleicht sitzt er die ganze Zeit an irgendwelchen Schaltpulten und Monitoren, zoomt an dich heran und schneidet sich dann nach Sonnenuntergang seine perversen Sexfilmchen zusammen. Jetzt hör doch mal auf! Wie naiv bist du eigentlich? Wie naiv glaubst du eigentlich, dass ich bin? Jetzt hör mir doch mal zu! Ich hör dir die ganze Zeit zu, aber ich hab das Gefühl, dass du mir nicht die Wahrheit sagst. Es ist nicht, wie du denkst. Es ist einfach nicht, wie du denkst. Und wie ist es dann? Es geht nicht um Sex. Um nichts Sexuelles. Dann kannst du etwa auch durchschauen? Durchschauen? Durch die Scheiben. Kannst du ihn durch die Scheiben sehen? Kannst du ihn sehen, während er dich sieht? Ich konzentriere mich. Wenigstens seinen Schatten? Seine Silhouette? Du weißt nicht mal, wann er am Fenster steht und wann nicht? Ich konzentriere mich aufs Schwimmen, wie gesagt. Und nach dem Schwimmen, wenn du dich beim Wasser bedankst, siehst du ihn dann? Dann bedanke ich mich beim Wasser. Du kannst also nicht durch die Scheiben sehen? Wieso sollte ich? Weil dahinter ein Mann steht und du nicht weißt, was er mit dir macht. Deinem Bild, deinem Anblick. Ich verstehe nicht, warum das so wichtig ist. Weil er dich sieht, ohne gesehen zu werden. Hinter seinen verspiegelten Scheiben. Und du willst mir erzählen, es ginge um nichts Sexuelles. Sie sind nicht verspiegelt. Was? Die Scheiben. Sie sind getönt nicht verspiegelt. Was macht das für einen Unterschied? Es ist nicht die CIA oder NSA. Es ist nur ein Bungalow mit getönten Scheiben wegen der Sonneneinstrahlung am Berg. Und nein, es gibt keine Partys, keine perversen Gesellschaften, keine Kameras. Woher willst du das wissen? Ich weiß es. Woher? Ich weiß, was ich wissen muss. Und das reicht dir? Da spielt einer Gott, sieht alles, weiß alles, hat alle Macht über dich. Und du spielst mit? Du lässt das einfach mit dir machen? Jedenfalls, ich wurde nie schlecht behandelt. Nie. Wieso sagst du mir nicht die Wahrheit? Es ist die Wahrheit. Ich bin nie schlecht behandelt worden. Die Wahrheit ist, dass er dich kauft. Er kauft dich für die Zeit, die du bei ihm bist und ihm etwas vorschwimmst. Er bezahlt dich und du tust, was er will. Genauso gut könntest du ihm etwas vortanzen an der Stange oder dich auf einem Divan ahlen wie bei einer Piepshow. Es ist keine Piepshow. Es ist wie eine Piepshow. Er sieht dich, du siehst ihn nicht. Er zahlt und du befriedigst seine Sehnsüchte, seine Schaulust. Lass uns die Dinge beim Namen nennen. Die Wahrheit ist, du verkaufst dich. Deinen Körper, dein Bild. Und das einzige wahre Wort, das ich dafür kenne, ist Prostitution. Gut, das reicht jetzt. Ich hoffe, gibt es viele wie dich? Wie? Hat er noch andere Mädchen? Das reicht jetzt wirklich. Hat er noch andere Callgirls? Wir sind keine Callgirls. Also hat er noch andere? Nein. Und wer ist wir? 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 Du hast gesagt, wir sind keine Callgirls. Wer ist wir? Na, du und ich. Das heißt, ich dachte, wir wären wir. Ich und du als meine Nachfolgerin. Aber so wie es aussieht... Dann bist du immer allein. Ich meine, allein da, abends im Pool. Ja, wenn du das wissen willst. Ich komme allein, schwimme allein und gehe allein. Dir begegnet kein Mensch? Nein. Niemand? Auch nicht Dr. No? Du bekommst dir nicht zu Gesicht? Nie? Nein. Und wer macht dir auf? Ich gehe zum Tor, drücke den Knopf an der Gegensprechanlage, sage kurz, wer ich bin und das Tor öffnet sich automatisch. Das macht es nicht besser. Was? Dass es keine Zeugen gibt. Zeugen? Du bist allein, hast du gesagt. Ich wäre allein. Also lässt es sich immer nur eine kommen. Niemand lässt uns kommen. Wir sind keine Callgirls. Wer ist wir? Du hast schon wieder wir gesagt. Na, ich und wer auch immer meine Nachfolgerin wird. Was ist eigentlich mit deiner Vorgängerin? Vorgängerin? Du hattest doch eine Vorgängerin, oder bist du die Erste? Nein, nein. Ich bin nicht die Erste. Also, was ist mit ihr? Wieso interessiert dich das? Was ist mit ihr? Nichts. Ist sie tot? Nein. Wie kommst du darauf? Kann ich sie sprechen? Wieso willst du sie sprechen? Vielleicht sagt sie mir die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Wer ist sie? Kenn ich sie? Du kannst sie nicht sprechen. Wieso nicht? Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Wir sprechen nicht darüber. Wir bewahren Stillschweigen. Sonst? Wie sonst? Was passiert, wenn ihr sprecht, euer Stillschweigen, dieses Gesetz? Womit droht er euch? Niemand droht uns. Wir sprechen nur nicht darüber. Aus Respekt und... Und Dankbarkeit? Aus Respekt und Dankbarkeit, ja. Ob du's glaubst oder nicht. Außer versteht sich bei der Übergabe. Doch selbst da besprechen wir nur das Nötigste. Ich rede schon viel zu viel. Hat deine Vorgängerin weniger geredet, als sie dir den Job übergeben hat? Es ist kein Job. Es ist... Natürlich ist es ein Job. Ein mentaler Blowjob. Es ist ein Amt. Ein Amt? Ja. Eine Art Hochamt. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Die Hure als Heilige. Die Tempeldienerin und Tethere. Sag mal, in welcher Zeit lebst du eigentlich? Ich sag jetzt nichts mehr. So langsam zweifle ich an dir. Ich sag nichts mehr. Ich will deine Vorgängerin sprechen. Heute noch. Das heißt, falls sie noch lebt. Natürlich lebt sie. Warum sollte sie nicht... Irgendetwas ist doch mit ihr. Was soll mit ihr sein? Geht es ihr gut? Weiß ich doch nicht. Ich kann auch zur Polizei gehen. Um zu fragen, ob es ihr gut geht? Ob sie tot ist. Sie lebt. Wie oft soll ich das noch sagen? Sie lebt etwas weiter außerhalb in einer Siedlung am Stadtrand. Nach allem, was ich höre, ist sie inzwischen verheiratet und schwanger oder hat schon ihr Kind. Musste sie deswegen aufhören? Was? Wegen der Schwangerschaft? Hat man ihren Bauch zu sehr gesehen? Nein, das kam später. Die Schwangerschaft oder dass man es sehen konnte? Beides, nehme ich an. Dann ist das Kind nicht von ihm? Von wem? Dr. No. Wenn du nicht endlich damit aufhörst. Und dann gerade zur rechten Zeit kamst du als ihre Nachfolgerin. Rank, schlank, nicht schwanger. Du bist doch nicht schwanger, oder? Nein. Und warum wirst du dann ausgetauscht? Ich werde nicht ausgetauscht. Bist du ihm zu alt? Will eine Jüngere? Oder einfach nur Abwechslung? Ich werde nicht ausgetauscht. Dann hast du gekündigt. Freiwillig, ja? Warum willst du nicht mehr? Und warum sollte ich wollen, was du nicht willst? Hör zu. Es tut mir leid. Es war ein Fehler. Mein Fehler. Ich dachte, es könnte dich interessieren. Du seist womöglich die Richtige. Falsch gedacht. Ich hätte dich nicht fragen sollen. Vergiss es. Vergiss es einfach. Aber wieso denn? Du willst nicht und ich will dich nicht überreden. Also lassen wir das. Aber ich will ja. Ich habe nie gesagt, dass ich nicht will. Du hast gesagt? Ich habe nur gesagt, ich will wissen, worauf ich mich einlasse. Das heißt doch wohl, dass es mich interessiert. Wirklich? Sonst würde ich ja nicht fragen. Du willst meine Nachfolgerin werden. Ja, natürlich. Ich will den Job. Oder das Amt, wenn dir das lieber ist. Wegen des Geldes. Soll ich lügen? Nein, nein, schon gut. Am Anfang habe ich es ja auch wegen des Geldes gemacht. Und ein bisschen, weil ich es aufregend finde. So als Pool-Hostess. Naja. Pool-Hostess. Das ist es doch, was er will. Eine schwimmende Hostess für seinen Gebirgspool. Ich würde eher sagen... Nur ohne Sex. Was? Nur schwimmen, hast du gesagt. Ohne anfassen, oder? Sicher. Oder hat er dich angefasst? Wollte er Sex von dir? Nein. Ich will es nur wissen, damit ich mich darauf einstellen kann. Warum geht es nicht? Ich will einfach nur wissen, was ich verkaufe und für welchen Preis. Du würdest es auch machen, wenn... Wenn es entsprechend bezahlt wird? Du würdest deinen Körper verkaufen? Davon reden wir doch die ganze Zeit. Ich nicht. Nein, du nicht. Du redest darum herum. Aber ich... Ich habe nie gesagt, dass du deinen Körper verkaufen sollst. Es ist wie mit einem Aquarium, hast du gesagt. Nur, dass Dr. No kein Fisch für seinen Pool will, sondern eine Schwimmerin. Leider gibt es uns nicht in einer Zoohandlung. Und das Kaufen von jungen Frauen und ihren Dienstleistungen ist noch immer... So habe ich das nicht gemeint. Was nicht heißt, dass ich es nicht mache. Vorausgesetzt der Preis stimmt. So läuft das nicht. Alles hat seinen Preis. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir lassen es. Lassen? Ja, es tut mir leid, aber ich... Ich glaube wirklich, wir sollten es lassen. Glaubst du, ich kann Dr. No nicht zufriedenstellen? Darum geht es nicht. Warum denn sonst? Traust du mir das nicht zu? Nein, nein, ich habe mich getäuscht. Meine Schuld. Was ist denn jetzt los? Du kannst doch nicht plötzlich einen Rückzieher machen. Ich mache keinen Rückzieher. Ich hatte schon die ganze Zeit kein gutes Gefühl. Und inzwischen bin ich mir sicher, dass... Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es falsch ist. Bin ich nicht die Richtige? Das habe ich nicht gesagt, aber... Du hast gesagt, du hättest geglaubt, ich sei die Richtige. Und jetzt sagst du, es sei falsch. Das heißt ja wohl, dass ich die Falsche bin. Du bist nicht die Richtige. Ja. Wieso? Lass uns das nicht vertiefen. Bin ich nicht gut genug? Bin ich in deinen Augen keine würdige Nachfolgerin für dich? Ich bitte dich, glaub mir. Glaub mir einfach. Ich kann alles im Wasser, was du kannst. Alles. Und außerhalb des Wassers? Nun, wir werden ja sehen. Es hat keinen Sinn. Dr. Noh wird sich nicht beschweren. Ich gebe ihm keinen Grund zur Klage. Verlass dich drauf. Darum geht es nicht. Entschuldige, aber... Nein. Nein? Nein. Leider. Ich möchte Dr. Noh persönlich sprechen. Ich will mich ihm vorstellen. Er soll sagen, ob ich die Richtige bin oder nicht. Ausgeschlossen. Gib mir eine Chance. Das geht nicht. Ich will nur eine Chance. Du hast eine Chance gehabt. Wie? Das hier? Dieses Gespräch hier mit dir, das war meine Chance? Ja, natürlich. Jede Vorschwimmerin bestimmt ihre Nachfolgerin. Und warum sagst du mir das nicht? Ich sage es dir ja. Warum sagst du mir nicht, was ich falsch gemacht habe? Ich bitte dich, das führt doch zu nichts. Was habe ich falsch gemacht? Gar nichts. Ich habe einfach nur kein gutes Gefühl. Bei mir. Bei dem Ganzen. Aber du hast es gemacht, das Ganze. Ohne Bedenken. Nur bei mir hast du auf einmal kein gutes Gefühl. Ja, Herrgott. Ja. Ich habe kein gutes Gefühl bei dir. Okay. Du wolltest es wissen. Bitte. Jetzt weißt du es. Ich habe bei dir kein gutes Gefühl. Weil? Weil? Es passt einfach nicht. Glaub mir. Weil? Weil ich weiß, worum es geht und du nicht. Dann erklär es mir. Das hat keinen Sinn. Weil ich es nicht verstehe. Weil wir uns offensichtlich nicht verstehen. Weil ich zu dumm bin. Du bist nicht zu dumm. Du hast es verstanden. Ich verstehe es nicht. Das heißt doch wohl, ich bin zu dumm dazu. Du bist nicht zu dumm. Es ist die Einstellung. Ich kann sie ändern. Nein. Aber natürlich, ich kann meine Einstellung ändern. Wie soll ich denn sein? Wie hättest du mich denn gern? Oh, lass das. Stell ich dir zu viele Fragen? Lass das! Bin ich zu direkt oder zu plump für dich und deinen Ästheten? Oder zu... Das hat wirklich keinen Sinn. Zu ordinär, wollte ich sagen. Ich bin zu ordinär für den Job. Das Amt. Dein Hochamt. Nicht wahr? Ist einfach zu hoch für mich. Du weißt gar nichts. War es der Sex? Sag es mir bitte. Habe ich dir, euch, zu viel über Sex geredet? Kein Kommentar. Ich wusste es. Ihr mögt es nicht, wenn man davon spricht. Kein Kommentar. Wenn ich euch damit zu nahe getreten bin, bitte ich um Entschuldigung. Aber ich dachte, Sex sei ein Teil der Stellenbeschreibung. Es geht nicht um Sex. Um nichts Sexuelles. Das habe ich dir von Anfang an gesagt. Und ich habe nicht auf dich gehört und immer weiter von Sex geredet. Und ordinärerweise, unästhetischerweise, Entschuldigung. Können wir das Thema jetzt beenden? Habe ich es schon wieder getan? Tut mir leid. Immer musst du alles kaputt machen. Immer musst du alles in den Schmutz ziehen. In meiner ganzen Zeit als Vorschwimmerin habe ich mich nicht so beschmutzt gefühlt wie jetzt durch dieses Gespräch mit dir. Das war nicht meine Absicht. Wenn du glaubst, dich prostituieren zu müssen, wenn du bereit bist, für Geld alles zu tun, dann bitte, tu dir keinen Zwang an. Aber ich habe es nicht getan und würde es auch nie tun, weil ich keine Nutte bin und erst recht keine zu alt gewordene. Hast du das jetzt verstanden? Ich bin nicht deine Puffmutter. Das wollte ich damit nicht. Und ich lasse mich nicht länger von dir beleidigen, hörst du? Ich lasse mich und das, was ich getan habe, mit Respekt und Dankbarkeit getan habe, nicht länger von dir beleidigen. Das wollte ich damit weder sagen noch... Es dreht sich nicht alles um Sex, nur weil sich für dich alles um Sex dreht. Es ist nicht jeder pervers, nur weil du so denkst. Sich eine Schwimmerin für seinen Pool zu kaufen, also wenn das nicht pervers ist... Red nicht von Dingen, die du nicht verstehst. Red nicht bei allem, was dir zu hoch ist, gleich von kaufen und verkaufen. Red doch nicht immer alles herunter. Ich habe halt schlechte Erfahrungen gemacht. Ist es denn so unvorstellbar, so undenkbar für dich, dass es noch etwas anderes gibt? Etwas Drittes, jenseits von Sex und Geld? Ich habe halt echt schlechte Erfahrungen gemacht. Und warum? Hast du dich das mal gefragt? Vielleicht, weil ich immer an die Falschen geraten bin. Und warum waren es die Falschen? Keine Ahnung. Weil du immer gleich das Schlechteste unterstellst. Weil du in allem das Hässliche siehst, nicht das Schöne. Nur, wer es nicht sehen kann, dem passiert auch nichts Schönes, verstehst du? Dem passiert zwangsläufig das Allerhässlichste. Ja, wahrscheinlich. Ganz sicher. Und es wird nicht besser, wenn du so weitermachst. Du wirst weiter an die Falschen geraten. Und deine schlechten Erfahrungen machen immer noch schlechtere. Weil alles, was dir widerfährt, nichts anderes ist, als die Bestätigung deines eigenen Vorurteils. Naja. Und du wirst die Schuld überall suchen. Bei diesem oder jenem. Nur bei dir selbst nicht. Der einzigen Person. Die Schuld ist an der Gemeinheit und Hässlichkeit ihrer Welt. Ich? Ich bin selber schuld? An der Gemeinheit und Hässlichkeit deiner Welt. Das ist hart. Es ist eine Frage der Einstellung. Verstehst du das nicht? Vielleicht bin ich wirklich zu dumm. Du bist nicht zu dumm. Doch. Und ordinär. Es ist die Einstellung. Mit dieser Einstellung... Ich bin Dreck. Und mir passiert nur Dreck. Es stimmt schon. Es stimmt total. Du bist im Teufelskreis. Mit dieser Einstellung... Ich hab's versaut. Ich hab euch beiden, dem Doktor und dir, Schlechtes unterstellt. Und schon kommt etwas Schlechtes zurück. Das ist typisch. So typisch für mich. Weil du vom Leben enttäuscht bist. Das kann man wohl sagen. Weil du ein paar Mal vom Leben enttäuscht worden bist. Und jetzt mit all den anderen Enttäuschten darum wetteiferst, wer von euch am enttäuschtesten ist. Und so willst du leben. So willst du weitermachen bis in alle Ewigkeit. Nein. Willst du eine Zynikerin unter Zynikern sein? Nein. Dann gibt es nur eins. Du weißt, was ich meine. Ich? Nein, sag du es mir. Bitte. Hilf mir. Du brauchst Hilfe. Das ist der erste Schritt, weißt du das? Was bitte ist der erste Schritt? Ich bin's wieder. Bist du schon wach? Entschuldige, ich wollte dich nicht... Euch nicht. Oh, entschuldige, das ist jetzt... Das ist peinlich. Ich würde ja später nochmal anrufen, aber das Handy, das ist nicht meins. Das ist das von dem Unternehmensberater, von dem ich... Wir sind gerade innerhalb der Drei-Meilen-Zone von... Also, du, ich mach's ganz kurz. Oder habt ihr Wichtigeres? Na, ich frag ja nur. Wir sind... Was? Nein, wir sind nicht ein Land. Wir sind in einem Fjord. Im Eisfjord. Also, Land ist in Sicht, links und rechts. Die Fjorde sind ja so Schneisen, Wasserschneisen ins Festland hinein oder so, so zwischen Inselgruppen hindurch. Wann warst du denn in Schweden? Ach, er! Er ist Schwede, so. Oder war in Schweden lange, ja. Ja, schön für ihn. Also, wir... Hm? Wir sind kurz vorm Nordpol. Spitzbergen. Das ist schon was anderes als Stockholm und übrigens Norwegen. Nein, ich bin allein. Bis auf die Eisbärenwächter, die in der Kälte stehen. Gewehr über der Schulter, Feldstecher in der Hand. Sie halten nach Eisbären Ausschau, damit die putzigen Tierchen beim Anlegen nicht über Gruppen von deutschen Wohlstandsrentlern herfallen. Doch, wir haben einen gesehen. Endlich ein Highlight. Noch schon Highlight. Tut mir leid, ich langweil dich. Oder ihn. Tut mir leid. Schon gut, schon gut. Ich erwähne ihn nie wieder. Also, ich meine, ich meine jetzt nicht den Eisbären, sondern... Er war eine Enttäuschung. Hm? Er war eine Enttäuschung. Im Grunde. Der Eisbär. Aber die Arktis ist schon imposant. Ein Gletscher neben dem anderen. Wobei, Gletscher sind ja nichts anderes als gefrorene Flüsse. Süßwasser übrigens, ja. Wenn sie schmelzen. Und sie schmelzen gewaltig, die meisten. Es ist vollkommen unwirklich, hier zu sein. Wirklich. Mitten im Untergang dieser Welt, die so reich ist an Formen, an Gestalten, dass sich selbst das Sterben in Schönheit vollzieht und dem Leben ähnelt. Es ist vollkommen unwirklich, hier zu sein. Einen großen, arktischen Frühling. Mitten im Untergang dieser Welt. Während es doch das Ende ist. Ja, und du weißt es. Du weißt, du bist nicht nur der Betrachter der Katastrophe, sondern auch ihr Verursacher. Du weißt, dass du zerstörst, indem du siehst. Aber du glaubst es nicht. Und das ist das Seltsamste, dass du nicht glaubst, was du weißt. Dass wir alle nicht glauben, was wir wissen. Wir sehen das Meer und das Eis und wir glauben, es ist ewig und unverwundbar. Obwohl wir wissen, dass... Dass wir alle nicht glauben, was wir wissen. Nein, nein, es geht dir gut, ich... Du hast recht, ich bin im falschen Boot. Ich bin im falschen Boot, um so zu reden, ja. Ich bin auf der Titanic 2.0 und diesmal sind es die Eisberge, die untergehen. Bist du jetzt allein? Es geht mich nichts an, ich weiß, aber... Nein, sie schläft noch, wir... Wir sind ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, wie das so ist in den Ferien. Da es hier oben nicht so richtig dunkel wird, kriege ich die Kleine abends nicht ins Bett und morgens nicht wieder raus. Denn leider wird es auch nicht richtig hell. Es ist sehr neblig, stark bewölkt, tief bewölkt. Sonst könnten wir uns so zwischen 3 und 4 Uhr früh die Sonne nicht untergängig angucken. So langsam fange ich an, das zu verstehen. Diese schwimmende Traumwelt... Sie hat was, diese schwimmende Traumwelt. Allein schon, dass man fast bis an den Nordpol reisen kann, ohne seine Suite zu verlassen. Und so langsam fange ich an, das zu verstehen. Nein, ich... Ich habe meine Meinung überhaupt nicht geändert. Ich sage ja nicht, dass es richtig ist. Ich sage nur... Ich... Nein, ich habe nur beschlossen, meinen Widerstand dagegen... Nicht aufzugeben, aber... Ja... Auszusetzen, vorübergehend. Nein, es hat doch keinen Sinn, die ganze Zeit so zu tun, als säße man nicht mit allen anderen im selben Boot, obwohl man für dasselbe Boot bezahlt hat. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man diese, diese ohne-mich-Attitüde nicht mehr aufrechterhalten kann. Es ist so unentspannt, so besserwisserisch, so dermaßen unsympathisch. Doch. Ja, doch, sympathisch ist eine moralische Kategorie. So keine Lupenreine vielleicht, aber... Was nützt mir denn meine ganze moralische Integrität, wenn ich mir selber nicht sympathisch bin? Ich habe mich auf diesem Schiff genug geschämt. Ich bin vor Scham im Liegestuhl versunken, während lauter fleißige Filipinos in weißen Overalls um mich herum das Deck geschrubbt haben. Ich konnte kaum hinsehen, wie sie die Handläufe polieren, die Innenreling nachstreichen, den Meerwasserpool reinigen. Wirklich, ich... Ich habe mich die ganze erste Woche durchgeschämt, im Schweiße des Angesichts der Arbeit der anderen. Weißt du, wenn ich mich mal nicht vor den Filipinos schämen musste, dann habe ich mich vor unserer Tochter geschämt. Weil sie ihren Vater so erleben muss. So bräsig, so unbrauchbar. Ein Anti-Vorbild. Ein Vater-Tourist. Zu nichts gut, außer zum Geld ausgeben. Naja, das soll man machen. Wem ist damit gedient, wenn ich... Was heißt denn... Was heißt denn meine Überzeugung verraten? Ich rede doch nicht davon, auf schrankenlosen Hedonismus umzuschwenken. Ich rede doch nur davon, mal ein Auge zuzudrücken und die hohe Glocke der Entrüstung ein kleines Stückchen tiefer zu hängen. Nur für diesen Urlaub. Auch die Filipinos würden sich, glaube ich, freuen. Na gut, dann freuen sich die Filipinos eben nicht. Aber es macht ihre Arbeit auch nicht leichter, wenn ich mich vor ihnen auf meiner Liege in moralischen Bauchschmerzen krümme. Ja, natürlich bin ich falsch auf diesem Schiff. Und es vergeht keine Nacht, in der ich mich nicht vor Heimweh hin und her wälze. Aber sie, sie ist so glücklich. Unsere Kleine, die ist... Die ist richtig glücklich im Falschen. Wir müssen als Eltern nun mal akzeptieren, dass das hier ihre Traumreise ist. Ihr Traumschiff. Und dann nutzt es auch nichts, wenn ich bei jeder Gelegenheit das Haar in der Suppe suche, nur um ihr zu beweisen, dass wir besser hätten zurückfliegen sollen. Ich habe genug gekämpft. Ich habe genügend Widerstand geleistet. Passiv sicher, aber unerbittlich. Ich habe alles boykottiert. Sogar das Highlight aller Highlights. Das Kapitänstinner. Das ohne mich übrigens keine Spur weniger ein Highlight war. Aber weißt du, irgendwann reicht es. Irgendwann muss ich mich auch mal erholen und eine ethische Verschnaufpause einlegen. Eine kurze moralische Auszeit. Ich will einfach nicht, dass meine Tochter mich immer nur als Spaßbremse erlebt. Dass ich für sie zum Partyschreck mutiere. Zum blinden Passagier auf dem Schiff des Vergnügten. Nein, sie geht auf keine Party. Es war eine Metapher. Partyschreck, das ist metaphorisch. Natürlich kannst du sie sprechen. Aber ich wecke sie wirklich nur ungern auf. Weil, wie gesagt, unser Rhythmus hat sich ein bisschen verschoben. Und da braucht sie ihren... Bis zehn etwa. Nein, nein, sie schläft bis zehn. Aufbleiben darf sie bis elf, halb zwölf in letzter Zeit. Aber nur ausnahmsweise. Entschuldige bitte, aber hier bleiben alle Kinder auf bis halb zwölf, zwölf. Der ganze Kids-Club. Wir haben eine Dreijährige an Bord, die nie vor ein Uhr nachts... Es ist ja hell, taghell. Das spürt so einen Kinderkörper. Da kannst du noch so viele Vorhänge und Gardinen zuziehen. Das... Dann schreibt sie dir noch mal. Ja, habe ich dir das nicht erzählt? Sie hat dir geschrieben. Wir waren neulich am nördlichsten Postamt der Welt und da wollte sie dir einen Brief schreiben. Wo da anfangs nur eine Karte und da habe ich dann gesagt... Schreibt ihr doch einen Brief. Mama freut sich. Na, woher soll ich denn wissen, was drinsteht? Ich respektiere das Briefgeheimnis. Aber keine Sorge. Deswegen rufe ich ja an. Also, für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Post von Spitzbergen schneller ist als wir und ihr Brief vor uns ankommt, versprich mir bitte, dass du dir keine Sorgen machst. Ja, ich habe Tag und Nacht ein Auge auf sie und... Wie? Sag bloß, der Brief ist schon da. Dann wart doch erst mal ab, bevor du die... Ich weiß wirklich nicht, was drinsteht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich will nur, dass du weißt, dass alles in Ordnung ist, was immer sie auch... Ja, Gott, sie schreibt natürlich aus ihrer Sicht. Da kommt sicher einiges zusammen. Schließlich entdeckt sie gerade viel. Wie soll ich sagen? Ja, viel Neues. Nicht nur landschaftlich, sondern auch... Einen Freund? Nein, nein. Nein, das hätte ich dir gleich... Also, das wäre das Erste gewesen, was ich dir erzählt hätte. Sie hat Freunde, natürlich, aber... In einer Clique. Das sind gute Freunde. Das ist aber definitiv. Das sind Spielkameraden, sonst... Ja, vielleicht haben sie mal miteinander gekuschelt. Händchen gehalten, wenn es hochkommt. Oder unterm Tisch mit den Füßen... Ja, wie heißt das? Gefüßelt, ja, danke, genau. Aber das war vollkommen unschuldig. Geradezu rührende Art und Weise. Es war eindeutig vorpubertär. Na, mal ein Fünf-Seiten-Brief aus Spitzbergen muss ja nicht unbedingt von Liebeskummer handeln. Kann genauso gut um Eisbären und Buckelwale gehen. Oder dass sie auf Island gebetet hat. Ich weiß nicht, was sie gebetet hat. Ich finde, es gibt auch ein Betgeheimnis. Aber, weißt du, ich weigere mich, mir vorzustellen, es könnte um einen dieser sauber gescheitelten, krawattentragenden Internatshöglinge gegangen sein. Es gibt niemanden. Bei ihr nicht, bei mir nicht. Und das Ausgeregene, du das fragst? Ja, vielleicht kommt sie in dieser Hinsicht nach dir. Aber bis jetzt? Wenn sie nach mir käme, dann wäre sie mit ihrer Arbeit verheiratet. Das sagst du doch immer. Das hast du selber gesagt. Mal abgesehen davon, dass ich momentan sogar von meiner Arbeit getrennt bin. Und insofern vollkommen solo. Aber, aber sie auch? Ja. Nein, sie ist nicht verliebt. In niemanden. Sie lässt sich, ganz unsere Prinzessin, sie lässt sich mal von diesem, mal von jenem kleinen Verehrer rufieren. Genießt die Aufmerksamkeit und vergisst das Ganze dann genauso schnell wieder. Ziemlich grausam eigentlich. Aber das ist nichts Ernstes. Das Einzige, was sie wirklich interessiert, ist Tanz. Disco-Namen. Von wegen, als die meisten Gäste im Disco-Alter waren, da gab's Disco noch gar nicht. Tanzabende gibt's, ja. Naja, so Tanzabende eben, so schon wie Ballett im weitesten Sinn. Aber nicht klassisch, sondern, wie sagt man, Modern Dance. Also wenigstens kommt es mir ziemlich modern vor. Und sie ist ganz hin und weg. Von den Frauen übrigens. Sie interessiert sich nur für die Tänzerinnen. Nicht für die Tänzer, die stören sie eher, findet sie. Aber, aber die Tänzerin, die liebt sie wirklich. Du solltest sie mal sehen. Sie steht da wie gebannt. Sie steht, immer. Die hält's nicht auf ihrem Sitz. Es ist wirklich faszinierend, ihr beim Zuschauen zuzuschauen. Was? Na, ich... Also, ich glaube, sie hat gebetet, so tanzen zu können. Das ist wirklich eine Form von Andacht, von Huldigung, die sie den Tänzerinnen entgegenbringt. Eine Form von Andacht. Sie betrachtet diese gazellenartigen Geschöpfe wie höhere Wesen. Schon morgens, wenn sie auf schwindelerregenden Stilettos zum Frühstücksbuffet trippeln und in ausgreifenden Gesten mit ihren armreifen Klimp... Hm? Ich schlepp sie nicht mit. Sie schleppt mich mit. Ich würd mir das nie freiwillig ansehen. Mich interessiert an dem ganzen Getanze nur eins. Ist es jugendfrei? Weil, weißt du, je später der Abend... Pornografisch hab ich nicht gesagt. Ich hab... Nein, ich hab die Frage gestellt, ob es... Es ist ja jugendfrei zu 99 Prozent. Zu 99,9... Es ist jugendfrei. Und das wenige, was eindeutig erotisch ist... Aber das gehört nun mal zum Tanz. Erotik ist der Grund, warum das Tanzen erfunden wurde. Nicht, dass ich mir daraus etwas machen würde, aber Tanz ohne Erotik, das... Das wär ja wie Fußball ohne... Ja, was soll ich denn machen, wenn sie diese Tänzerin vergöttert, mit... Mit ihrer ganzen Clique geschlossen in diese Dance-Shows pilgert. Da bin ich abgemeldet, ich... Da bin ich abgemeldet. Ich kann sie nicht daran hindern. Ich kann höchstens nicht mitgehen, wenn dir das lieber ist. Aber davon weiß sie doch gar nichts. Gerade dass sie die sexuelle Seite nicht versteht. Gerade dass sie davon keine Ahnung hat, nicht die geringste Ahnung hat, das beweist doch gerade, wie sehr sie noch Kind ist, wie fern ihr das alles liegt und... Ja, das ist auch wieder beruhigend. Also, macht ihr einfach keine Sorgen, ja? Sie... Nein. Nein, sonst gibt es nichts. Sie tanzt, sie schreibt, das wär alles. Du, entschuldige, ich... Ich halte euch jetzt schon so lange auf, ihr wollt bestimmt weiter... Oder du musst zur Arbeit, genau, ja. Der Unternehmensberater kommt sicher auch gleich. Ich... Der Unternehmensberater, mit dessen Handy ich die ganze Zeit... Nein, 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 geh nur. Wir müssen sowieso gleich... Wir müssen Schluss machen jetzt, tut mir leid, aber wir sind ja auch... Fertig, wollte ich sagen. Ich wollte nur nicht, dass du dich wunderst, wenn du... Also, falls du den Brief von ihr... Nein, 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 ist gut. Du, ich... Ich geb das Handy jetzt wieder zurück, ja? Was, bitte, ist der erste Schritt? Sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Dass es so nicht weitergeht und man Hilfe braucht. Das ist der erste Schritt. Ist das gut? Ja, das ist gut. Sofern auf den ersten, der zweite Schritt folgt. Und der wäre? Das Problem ist, dir fehlt der Glaube. Ja, das kommt noch hinzu. Ich glaub an nichts. Gar nichts. Falsch. Entschuldige, dass ich das so sage, aber ganz falsch. Das kommt nicht hinzu. Das ist der Grund. Die eigentliche Ursache. Du hast deinen Glauben verloren und dich abgefunden mit der vermeintlichen Schlechtigkeit deiner Welt. Und um da wieder rauszukommen, gibt es nur eins. Du musst langsam, ganz langsam, wieder lernen zu glauben. Tja, das habe ich gründlich verlernt. Aber du kannst es wieder lernen. Es ist nicht leicht. Es ist harte, sehr harte Arbeit. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber wenn du fest daran glaubst, dann schaffst du es auch. Was? Wieder zu glauben. Woran denn? An das Schöne. An dich. Das kann ich nicht. Natürlich kannst du. Ich bin müde. Du denkst, du bist müde. Aber du bist nur enttäuscht. Ich bin wirklich sehr müde. Zweifeln ist ja nicht falsch. Es hat auch bei mir lange gedauert, bis ich wieder an das Schöne glauben konnte. Es gab Momente beim Schwimmen, da hätte ich es selbst nicht für möglich gehalten. Ich bin geschwommen im doppelten Sinne, hatte jeden Halt verloren, jede Sicherheit. Genau. Aber auch das will durchschwommen werden, diese Zeit. Ich bin einfach immer weiter geschwommen, in vollkommener Gleichmäßigkeit. Und dann habe ich es erfahren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es etwas anderes gibt. Etwas Drittes. Schönes. Es geht darum, dass du dich reinwäschst, indem du schwimmst. Ja, natürlich reinige ich mich, wenn ich schwimmen will. Im übertragenen Sinne, im Sinne von Läuterung, wie wir sagen. Wir sagen Läuterung. Wir, das heißt du und deine Vorgängerin. Und meine Nachfolgerin, hoffe ich. Also, hoffentlich du. Ich. Vorausgesetzt, du willst es wirklich. Ob ich es will. Ich meine, besser werden. Ich will besser werden. Und ob. Ein besserer Mensch. Indem du dich reinwäschst und läuterst. Ich will alles tun, um mich zu läutern. Ich will mich läutern, wie ihr. Du musst es nicht für uns tun, verstehst du? Du tust es für dich. Ja, ja. Es geht um Unschuld. Es geht darum, dass du deine Unschuld wieder erlangst. Auf die einzig mögliche Weise. Hast du das jetzt verstanden? Ich glaube, ja. Das ist schön. Das hast du schön gesagt. Was? Dass du glaubst. Du sagtest, ich glaube. Ja, ich glaube wirklich. Ich fange langsam an, wieder zu glauben. Das ist sehr schön. Dann, dann sind wir im Wort? Boah, schön. Ist das nicht schön, unsere Sprache? Im Wort sein. Schön, nicht? Ja, ich meine, wir sind im Geschäft, oder? Wobei Geschäft jetzt natürlich nicht schön ist, aber du weißt, was ich meine. Es ist kein Geschäft. Nein, aber du weißt, was ich meine. Darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen nie mehr von Sex und Geschäft. Verstanden? Wir bewahren Stillschweigen. Ist das klar? Ja, ja. Stillschweigen. Absolut. Gut. Du hast es verstanden. Danke, ja. Dank dir. Gut. Ich, ich habe meine Lektion gelernt. Sehr gut. Dann also, muss ich irgendwas unterschreiben? Nein, nein. Wir sind im Wort, wie du so schön gesagt hast. Ja klar, aber irgendwas Schriftliches. Sag nicht, dass du mir nicht glaubst. Nein, nein, nur so aus Gewohnheit. Natürlich glaube ich dir und mir schön. Also dann, auf die Schönheit. Auf die Schönheit. Denn darin besteht der dritte Schritt. Vom Glauben an das Schöne zur Schönheit selbst. Darin besteht das Geschenk. Das Dritte, was man nicht kaufen kann. Dass sich der Körper im Glauben selbst überschreitet zur Schönheit. Zum reinen Schönen. Aber keine Sorge. Der dritte Schritt ist der leichteste, folgerichtigste, zwangsläufigste. Wenn du Schritt 1 und 2 geschafft hast, geschieht der dritte Schritt, die Selbstüberschreitung, ganz von allein. Okay. Ja. Du musst nur anfangen zu glauben. Zu schwimmen und zu glauben. Na dann? Nackt natürlich. Entschuldigung? Wegen der Reinigung. Hast du gerade nackt gesagt? Und wegen der Körperlichkeit, damit sie sich entgrenzt. Wir schwimmen nackt? Natürlich nicht im übertragenen Sinne. Du wirst dich nicht nackt fühlen, nur am Anfang vielleicht ein wenig, aber dann im Gegenteil. Du wirst spüren, wie sich deine Nacktheit transzendiert. Okay. Du hast doch kein Problem mit Nacktheit. Nein, nein, ganz und gar nicht. Es ist nur aus ästhetischen Gründen. Aus Gründen der Transzendenz. Kein Problem, ich verstehe schon. Bestens. Dann ist das alles, was ich wissen muss? Im Prinzip. Wann, wann fange ich an? Wenn die Sonne untergeht. Heute noch? In zwei Stunden. Geht das? Doch, ja, kein Problem. Also dann. Schwimm schön. Ach, ähm, wie komme ich rein? Ich führe dich hin. Heute. Beim ersten Mal. Bei Regen vielleicht. Und morgen? Morgen klingelst du einfach am Tor, an der Gegensprechanlage, sagst deinen Namen und dass du für mich kommst. An meiner Stelle. So einfach? Ach, ja, das ist alles. Und ansonsten stillschweigen. Nicht vergessen. Klar, das, das versteht sich. Übrigens eins noch. Wenn du dich transzendiert hast und unberührbar geworden bist in deiner Nacktheit. Du verstehst. Ja. Wenn du den Punkt erreicht hast, dass du von dir sagen kannst, ich glaube und sehe das Schöne. Den Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht und du willst aufhören. Wenn ich aufhören will, ja, verstehe. Für den Fall also noch eine Bedingung. Du musst eine Nachfolgerin finden. Eine Nachfolgerin? Ja, ein Mädchen, eine junge Frau, eine Schwimmerin, die deinen Platz einnimmt. Du musst sie überzeugen. Mit allem, was du an Glauben, an Überzeugungskraft gewonnen hast. Erst dann hast du es wirklich geschafft. Ich muss... Du musst deinen Glauben an sie weitergeben. Den Samen und Keim deines Glaubens. So wie ich ihn an dich weitergegeben habe. Damit sie es dir gleich tut. Wir nennen es Einweihen. Ich muss sie dazu bringen, für mich zu schwimmen. Nicht für dich, sondern an deiner Stelle. Sie tut es ja dann für sich, um ihrer selbst willen. Das heißt, vorausgesetzt, du überzeugst sie. Ja, aber... Du musst dir die Chance geben, sich zu befreien aus dem Abwärtsstrudel von billigem Zynismus und Enttäuschung. Hallo? Das heißt, um aufhören zu können, muss ich erst... Einen Menschen retten. Ja. Retten? Aus dem Teufelskreis. Du musst erst dich retten und dann eine andere. Hallo? Hallo? Also, ich... Ich weiß nicht... Erst dann bist du frei. Wirklich frei. Also, ich weiß nicht, ob ich das kann... Ich bin sicher, du kannst das. Du wirst es können, wenn es so weit ist. Ja, aber wann... Wann denn? Wen denn? Du wirst wissen, wer die Richtige ist, wenn du an den Punkt gekommen bist. Dann... Dann wusstest du von vornherein, dass du mich... Dass ich für dich... Dass du meine Nachfolgerin werden würdest? Ja. Nein. Ich wusste es nicht. Das konnte ich nicht wissen. Aber... Ich habe es geglaubt. Bist du jetzt allein? Äh, entschuldige, dass ich das so direkt... Kannst du reden, meine ich. Ich... Ich muss mit dir reden. Es ist dringend. Nein, ich habe nicht getrunken. Es ist hier gerade kurz vor sieben. Ich trinke nie vor sieben. Selbst wenn... Ah, bei euch auch, ja. Ja, stimmt. Vom Längengrad her sind wir ja fast auf einer Linie mit euch. Also in derselben Zeit... Zeitzone. Tut mir leid, ich sage euch. Aber ich meine natürlich dich. Nicht... Nicht... Ach, so? Ach, dann seid ihr jetzt also richtig zusammen, also... Da seid ihr jetzt zusammengezogen, hm? Nein, natürlich ist es dein Leben. Ich frage ja nur. Also... Wie auch immer, kurz die nautischen Informationen. Wir sind wegen Windstärke 8 bis 9 und Wellen zwischen 5 und 6 Metern auf die vom Nordmeer abgewandte Seite der Lufoten eingeschwenkt. Hier ist es friedlich, durch den Schutz der vorgelagerten Inseln. Windig schon noch, aber das Wasser ist ruhig. Die Inselkette dient gewissermaßen als Wellenbrecher. Und auf dem Fjord selbst baut sich so schnell kein Seegang auf. Hier kann einem gar nicht schlecht werden. Und wir sind auch vor Anker. Wir fahren nicht, nein. Wir liegen auf Rede. Also, das Schiff. Wir und die meisten anderen Gäste sind schon... nicht weit. Auf einem kleinen Berg oder Hügel. Gleich neben der Anlegestelle. Ich bin hochgeklettert, bis ganz nach oben. Auf den höchsten Punkt. Wegen des Empfangs. Nein, mit der Kleinen ist nichts. Sie war nur ein bisschen sauer, dass wir den Trollfjord liegen lassen mussten. Den hätte sie halt gern gesehen. Allein vom Namen her. Trollfjord. In den Gute-Nacht-Geschichten, die ich ihr früher einmal vorgelesen habe, da gab es oft Trolle. Ansonsten ist alles gut. Alles in Ordnung mit ihr. Es ist nur... Ich will ehrlich sein. Ich habe sie verloren. Ich habe sie verloren. Nein, natürlich weiß ich, wo sie ist. Sie macht diese Sightseeing-Bustour durch die Insellandschaft mit zwei Nannys, dem Kids-Club und ihrem Freund, aber... Ja, sie hat einen. Seit neuestem. So einen Internatshögling mit Seitenscheitelschlips und Kragen. Das wolltest du doch hören. Ich sage bloß, der Brief ist immer noch nicht da. Na, dann weißt du es eben jetzt. Ist ja wirklich keine Überraschung. Du hast es ja immer kommen sehen. Es ist ja auch... Ach, der Lauf der... Nein, das Tanzen war nur eine Phase, so eine Art Vorspiel. Aus dem Grund wurde das Tanzen ja erfunden. Inzwischen dreht sich alles nur noch um... Was weiß ich... Weiß ich doch nicht, wie alt der ist. 14, 15 vielleicht. Frühreif. Ja, mag sein. Aber sie ist kein Kind mehr. Das ist es ja. Sie ist kein Kind mehr. Wir haben sie verloren. Und egal, was wir tun. Du und ich. Und wenn wir uns auf den Kopf stellen, wir können die Zeit nicht wieder zurückdrehen. Wir haben sie verloren. Ich habe sie verloren! Ich mache dem Knaben ja gar keinen Vorwurf. Wenn er es nicht wäre, dann wäre es irgendein anderer. Es ist der Lauf der Welt. Ja. Unsere Kleine... ...ist jetzt allein unterwegs. Auf ihrer Reise durchs Leben. Und wir sind nur noch der... ...Hafen. Zwei getrennte Häfen. Und wenn alles gut geht, dann läuft sie uns in Zukunft immer seltener an. Und irgendwann... ...gar nicht mehr. Natürlich rauche ich. Du glaub mir, ich würde lieber auf sie Rücksicht nehmen und nicht rauchen. Aber sie ist nun mal nicht da, also rauche ich. Sie hat übrigens noch einen Brief geschrieben. Nicht dir, sondern mir. Und das hat mich wirklich tief getroffen. Nein, ich weiß nicht, was drin steht. Sie hat es mir nicht gesagt, auch diesmal nicht. Ich weiß nur eins, das ist ein Abschiedsbrief. Entschuldige, du... ...du hältst mich jetzt bestimmt für einen Schlappschwanz, was... ...aber ich habe sie so geliebt. Nicht nur als Einzelwesen, sondern vor allem das Ganze. Das Gemeinsame. Uns, unsere... ...unsere kleine Familie. Jetzt ist nichts mehr davon übrig. Entschuldige, bitte. Boah. Danke. Danke. Nein, danke. Es geht schon wieder. Ist nur hart. Ist verdammt hart, auf diesem Hügel zu stehen, mit Blick auf diese Küste, auf dieses... ...Traumschiff und zu wissen... ...du gehörst... ...so langsam zu den einsamen, alten Säcken... ...zu denen du nie gehören wolltest. Nicht mehr lang und du... ...und du bist ihresgleichen. Nein, leg nicht auf, noch ist es nicht so weit, es... ...wenigstens weiß ich es. Ich habe ein Bewusstsein für meine Peinlichkeit und das Pathetische daran... ...dass man Gefühle, bleibende Gefühle erst in einem Alter entwickelt... ...in dem sie einem nicht mehr zustehen... ...und im Leben nichts ändern. Weißt du was? Ich habe viel darüber nachgedacht, warum wir Gäste heißen auf diesem Schiff. Ich dachte immer, wenn man an Bord geht oder aufsteigt, wie die Stewards sagen... ...sie sagen wirklich aufsteigen, wie bei einem Pferd... ...jedenfalls dachte ich immer, auf einem Schiff spricht man von Passagieren. Aber wir werden hier ausschließlich Gäste genannt. Bei jeder Durchsage. Jeder Ansprache, vom Kapitän bis zum Reinigungspersonal. Und ich verstehe jetzt warum. Passagiere sind unterwegs zu einem Ziel. Sie haben eine Bestimmung. Und das Schiff ist das Vehikel für ihre Passage von A nach B. Deswegen sind sie Passagiere und wir nicht. Wir sind nirgendwo hin unterwegs. Für uns gibt es kein B, kein Ziel, keine Bestimmung. Wir sind Kreuzfahrer. Wir fahren nur, um zu fahren. Wir kreuzen nur hier und da. Wir gleiten an allem vorbei. An Inseln, an Menschen, Möglichkeiten. Wir kommen nirgendwo an. Und so ist es auch mit uns dreien. Mit dir, mir und der Kleinen. Wir sind auch nur so aneinander vorbeigeglitten. Wir waren zusammen wie Gäste. Einer im Leben des anderen, aber ohne gemeinsames Ziel. Entschuldige es. Es kommt nicht wieder vor. Du, bist du noch da? Klingt vielleicht komisch, aber... Ich hätte ihr gern die Trolle gezeigt. Ich bin vielleicht sogar noch trauriger als sie, dass wir keine sehen. Aber damals, als ich ihr vorgelesen habe, da habe ich nicht daran geglaubt. Und ja, jetzt ist auch das pathetisch. Ich will dir den Abend nicht verderben. Habe ich schon, ich weiß, aber... Ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut. Und dass ich froh bin, dass ich es dir endlich sagen kann. Es tut mir leid. Aber es ist ja nicht ganz trostlos. Ich freue mich, dass das Heimweh weniger wird. Ich kann es kaum erwarten, wieder richtiges Grün zu sehen. Und das ist schon ganz schön hier auf diesem Hügel. Einem ganz normalen Hügel neben der Pier. Mit Heidekraut, Büschen und Beeren. Nichts Besonderes eigentlich. Aber du glaubst gar nicht, was für eine Wohltat das ist. Wir waren zu lang am Nordpol. Weißt du, ich denke... Auch wenn es natürlich nicht wahr ist. Aber ich denke trotzdem, die ganze Zeit, wenn wir nur ein paar Tage früher hier gewesen wären, wenn wir diesen Hügel vorgestern oder vorvorgestern erreicht hätten, dann... Vielleicht wäre ich mit ihr zusammen hier hochgestiegen und wir hätten ein paar Blumen gepflückt und Beeren gesammelt. Sie rote, ich schwarze. Wer mehr davon findet? Und... Und ich hätte es nicht eilig gehabt, von hier wegzukommen. Und... Und ihr wäre auch nie langweilig geworden, sondern wir hätten einfach die Zeit vergessen, wie in einem wilden, verwilderten Garten. Hallo? Hallo, bist du noch da? Wasserspiele. Hörspiel von John von Düffel. Der Kreuzfahrer und die Vorschimmerin. Die Rollen und ihre Darsteller. Der Kreuzfahrer Werner Wölbern. Erste Vorschwimmerin Eva Meckbach. Zweite Vorschwimmerin Birte Schnöhing. Musik Michael Riesler. Ton und Technik Gerd-Ulrich Poggensee und Nicole Graul. Regieassistenz Wolfgang Sesko und Ilka Bartels. Regie Christiane Ohaus. Produktion Radio Bremen und Saarländischer Rundfunk 2015. Jahrhundert 2015. Musik 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 Musik